Mehr als ein Gerücht? Bayern vor Wokers Überraschungstransfer Trotz der Titelverteidigung in der Bundesliga ist der FC Bayern mit der vergangenen Saison nicht zufrieden. Vor allem in der Champions League will sich der Rekordmeister nach dem dritten Viertelfinalspiel in Folge stärker zeigen. Anscheinend kam Karl Woke als eher unerwartete Verstärkung hinzu. Am Freitag tauchten Gerüchte über einen Wechsel des Triple-Verteidigers zu Manchester City auf. Mehrere Zeitungen haben übereinstimmend berichtet, dass Bayerns Transferempfehlung auf den 33-Jährigen abzielt, der sowohl als Rechtsverteidiger als auch als Innenverteidiger spielen kann. Das renommierte Portal de Esletik geht sogar noch weiter, es sei daher verständlich, dass der Transfer stattfinden werde. Über die Ablösesumme konnte zwar noch keine Einigung erzielt werden, sie wird aber kein großes Hindernis zwischen den beiden Klubs darstellen. Man City hat keine Steine in den Weg gelegt, weil er bleibt bis zum Ende der kommenden Saisons bei Man City unter Vertrag. Mit seiner Spielzeit in der erfolgreichen Saison der Sky Blues soll er jedoch unzufrieden sein. Der 75-fache Nationalspieler kam in 39 Spielen zum Einsatz, hat seitdem aber seine gewohnte Position verloren. Selbst im Champions League-Finale gegen Inter Mailand reichte nur eine Auswechslung. Offensichtlich möchte der Verein dem Veteranen keine größeren Hindernisse in den Weg legen, wenn er noch ein letztes Karriereabenteuer auf dem Kontinent erleben möchte. Beim FC Bayern kann Volker Czampawa auf der rechten Seite ersetzen, aber auch als Rechtsverteidiger in einer Dreier-Formation fungieren. Die Höhe der Ablösesumme ist noch unbekannt. Die Höhe der Ablösesumme ist noch unbekannt. Untertitelung des ZDF, 2020